Ist B17 oder Leutril ein Naturheilmittel gegen Krebs? Krebs ist eine schreckliche Geisel um uns herum. Heute schon stirbt jeder vierte Mensch an Krebs und Wissenschaftler sagen uns voraus, dass schon in den 2020er Jahren statistisch gesehen jeder von uns, also jeder Mensch von uns in Industrieländern an Krebs erkranken wird. Moment dann mal, was heißt das? Das ist ja sozusagen morgen 2020er Jahre. Wir haben jetzt 2017. Dann schon bekommt also in den 2020er Jahren jeder Mensch statistisch gesehen Krebs. Erfahren Sie von mir, dass es sich nicht diesem Schicksal ergeben müssen. Wie so oft im Leben hilft uns das Wissen um die Dinge und die Verhältnisse weiter. Dieses Wissen erwerben Sie, indem Sie meinen Ausführungen heute folgen. Gleich danach können Sie es anwenden, Ihr wertvolles Wissen zu Ihrem Wohle zu leben ohne Krankheit. Zunächst jedoch die pflichtgemäße Aufklärung, ohne die es nicht mehr geht, in unserem von Pharma-Lobbys und Lobbyisten so gut beherrschten Land. Also los geht's. Erstens, die enthaltenen Beschreibungen und Erklärungen zu Verfahren und Methoden sind rein informativ und keinesfalls als Therapieanweisung zu verstehen. Der Autor beabsichtigt nicht, Diagnosen zu stellen oder Therapieempfehlungen zu geben. Dieser Teil ebenso wie alle vorangegangenen Teile vom Infodienst AgileSmart ersetzt keinesfalls die professionelle medizinische Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Zweitens, ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Nutzung bzw. Nichtnutzung der Inhalte geschieht auf eigenes Risiko. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden oder Konsequenzen jeder Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Drittens und letztens, aus rechtlichen Gründen muss ich darauf verweisen, dass es sich bei den vorgestellten Behandlungsmethoden um Therapieverfahren der naturheilkundlichen Erfahrungsmedizin handelt, die nicht zwangsläufig zu den allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer Anerkennung durch die Schulmedizin gehören. Alle getroffenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen sowie Indikationen der vorgestellten Therapieverfahren beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrung der jeweiligen Therapierichtung selbst. Soweit also zu meinem Haftungsausschluss, auf den ich ja nicht verzichten darf. Immer wenn ich über Krebs spreche, fallen mir einerseits die vielen, viel zu früh Verstorbenen ein, denen ich im Leben nahe stehe. Andererseits frage ich mich, warum wir trotz der vielen Milliarden für medizinische Forschung und Medikamente und deren Erforschung offensichtlich nicht vorankommen, Krebs endlich zu besiegen. Es hat den Anschein, und ich sage es ja oben mit der statistischen Aussicht für die 2020er Jahre, dass es eher schlechter wird. Mehr als 100 Milliarden US-Dollar werden jährlich allein für die Chemotherapie in den USA bezahlt. Dazu kommen noch die in europäischen Ländern. Hauptsächlich dort wird Chemotherapie durchgeführt. Das ist eine unvorstellbar große Geldmenge. 100 Milliarden US-Dollar. Die von der Pharmaindustrie nicht nur dort, sondern auch in Deutschland umgesetzt werden. Das geht jedes Jahr so weiter und wird immer ein bisschen mehr. Von Jahr zu Jahr. Welcher Umsatz bei den Profiteuren? Welche Hoffnung bei den schwer Erkrankten, die um ihr Leben bangen? Das sind die zwei Medaillen der Chemotherapie. Wem nutzt es? Will ich einmal fragen. Von den Profiteuren hier einmal abgesehen. Anscheinend den Patienten nicht. So haben wir weltweit gesehen eine sogenannte fünf Jahre Überlebenszeit von Krebskranken bei gerade einmal zwei bis drei Prozent. Also nicht drei Prozent werden erreicht. So sieht es also aus, wenn wir uns auf die üblichen schulmedizinischen Krebstherapien beschränken. Nicht einmal drei Prozent überleben die fünf-Jahres-Überlebensgrenze. Und dabei zählen die relativ gut therapeutischen Krebsarten hier mit dazu, wo es recht gut aussieht. Trotzdem kommt nicht mehr heraus. In einer von Dr. Binzel in den USA schon 1994, also vor über 20 Jahren herausgegebenen Studie, konnte eine 18-Jahres-Überlebenszeit zu 77 Prozent nachgewiesen werden. 18 Jahre zu 77 Prozent. Was ist das doch für ein Unterschied zu zwei Prozent gegenüber fünf Jahren? Dr. Binzel ist ein Allgemeinarzt auf dem Lande. Er hatte die Krebskrankheit bei den 180 Patienten, die in die Studie eingingen, nicht diagnostiziert, sondern seine auf Krebs spezialisierten Kollegen taten das. Diese hatten bei den 180 Patienten die Behandlung aufgegeben, weil sie therapeutisch nicht mehr vorankamen. Sie haben also schon die Schulmedizin ausgeschöpft und sahen den sicheren Tod der Patienten in Kürze vorher. Was macht nun ein Dr. Binzel auf dem Lande anders als die meisten Schulmediziner, als die Fachexperten? Wodurch ergibt sich die fast tausendfache Überlegenheit seines Handelns? Und tausend ist ja nicht übertrieben. Rechnen Sie selbst. Zwei bis drei Prozent fünf Jahre Überlebenszeit und fast 80 Prozent 18 Jahre Überlebenszeit. Also woraus ergibt sich diese Überlegenheit? Er, nämlich Binzel, macht das gleiche wie die Naturvölker, die nicht einmal ein Wort für Krebs haben und Krebs gar nicht kennen und auch niemals bekommen. Er gibt den Krebskranken Lytril. Es wird auch, dieser Stoff wird auch Vitamin B17 genannt oder Amygdalin. Dieser Stoff, bleiben wir mal hier bei der Bezeichnung Lytril, ist in den Kernen verschiedener Früchte zu finden. Wir finden es in Kirschkernen, in Pflaumenkernen, in Apfelkernen, Birnenkernen und auch in Aprikosenkernen. Dort ist übrigens die Konzentration am höchsten. Diese hervorragenden, ja sensationellen Erfolge bei der Heilung von Krebspatienten mit Lytril haben mehr und mehr Menschen dazu gebracht Aprikosenkerne auch präventiv zu nehmen gegen Krebs, dass sie erst gar nicht Krebs bekommen. Ich selbst gehöre auch zu diesen Menschen. Ich habe bereits auch darüber berichtet, dass das vielen nicht passt, insbesondere den Profiteuren von hohen Umsätzen mit Chemotherapie oder Strahlentherapie. Diese Lobbyisten, diese Profiteure, setzen also alles ein, um den gesundheitlichen Effekt von Lytril zu denunzieren, zu verschweigen und auch zu fälschen. Ich hatte in AGSMART berichtet, wie sogar die ARD, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sich einspannen lässt in diese Verunglimpfungen und Angst mache. Es wird vor den sogenannten giftigen Aprikosenkernen gewarnt. Hochrangige Professoren können nicht genug vor diesem giftigen Cyanid warnen, vor der Blausäure. Und sie meinen es wahrscheinlich auch ernst. Mit ernstem Gesicht sprechen sie ihre Warnung in das Mikrofon und in die Kameras. So sind die Lieferanten der Aprikosenkerne verpflichtet, auf der Verpackung vor dem Verzehr von mehr als zwei Kernen täglich zu warnen. Das wurde auch alles sehr dramatisch in der ARD-Sendung, also die wurde ausgestrahlt vom NDR, dargestellt in der Fernsehsendung. Noch während der Sendung schrieben mich schon viele Zuschauer, dass ihnen der jahrelange Verzehr von ca. 40 Kernen pro Tag und mehr keine gesundheitlichen Probleme gemacht habe. Im Gegenteil, ihr Krebs sei bereits über Jahre seit der Einnahme der Aprikosenkerne gebannt und besiegt. Sie hielten also nichts von diesen Warnungen vor Vergiftung. Von der Korrektur der Aussagen durch die TV-Journalisten mit Wissenschaftlern oder durch die Beamten des Bundesamts für Risikobewertung war nach dem Protest der vielen Zuschauer keine Rede. Davon konnte keine Rede sein. Sie nahmen gar nichts zurück und ignorierten einfach die Realität. Laitril wird weiter verunglimpft. Letztlich las sich in der Stellungnahme der deutschen Krebsgesellschaft zu Amygdalin, also das ist ja B17 und Laitril. Und ich möchte hier zitieren. Zitat Beginn. Sie schließt sich der Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung und des Bundesamts an. Vor dem Einsatz von Amygdalin, B17, also Vitamin B17 und dem Verzehr von Aprikosenkernen ist dringend abzuraten. Keinesfalls ersetzt diese eine leitliniengerechte onkologische und oder palliative Therapie. Zitat zu Ende. Was die leitliniengerechte onkologische und oder palliative Therapie bringt, das können wir täglich erleben und das können wir auch mit Rückblick auf die letzten 50 Jahre in den Statistiken sehen. Es bessert sich nichts. Jedenfalls nicht für die Patienten. Soweit also die die Deutsche Krebsgesellschaft. Das ist jedoch nicht das Ergebnis einer Studie dieser Gesellschaft. Das hat man einfach den selektierten Veröffentlichungen entnommen, die man weltweit ja finden kann. Was wäre wohl passiert, wenn eine Studie den Nutzen für die Patienten hervorbrachte, die zu Laitril gehört, der zu Laitril gehört? Das will man nicht. Offensichtlich nicht. Laitril ist ein hochselektivtes Gift. Das stimmt und ist ein Vorteil, da das Gift zur Zerstörung der Zelle nur in Krebszellen wirksam wird. Und der Anteil Laitril, der nicht von Krebszellen aufgenommen wird, wie das zum Beispiel bei Gesunden ist, die Aprikosenkerne präventiv nehmen, wird vom Körper für die Bildung notwendiger Enzyme verwendet. Also nützlich, nützlich, nützlich. Obwohl Millionen Menschen weltweit seit Jahrzehnten Laitril nehmen, ist noch kein einziger Fall mit Vergiftung bekannt geworden, die ihre Verzehrmenge an die ärztlichen Vorgaben gehalten haben. Nicht ein einziger Fall. Warum warnen dann die Gegner und Pharma-Lobbyisten? Tja, warum wohl? Das Laitril wäre doch ein guter Erfolg für die Schulmedizin, wenn sie dessen Verabreichungen die Leitlinien aufnehmen könnten. Ich vermute, dass die Machthaber irritiert sind von dem Umstand, dass ein Naturstoff oder Naturprodukt so erfolgreich ist. Dieser ließe sich nämlich niemals patentieren, dass sie ein Naturstoff wie die vielen anderen Medikamente, bei denen Patente möglich sind und Profite bringen. Somit bliebe der Profit für die Pharmaindustrie aus. Da bleiben wir schon eher, also als Pharma-Lobbyisten, als Profiteure bei den gewinnbringenden Chemotherapeutika, deren Erforschung in Auschwitz beschleunigt wurde. Ein erschütterndes Dokument habe ich dazu in Facebook am 3. Februar 2017 gepostet. So, liebe aufgeklärten Menschen, die sie ihr Wissen für Leben ohne Krankheit mehren können oder mehren wollen. Sie können sich jetzt selbst ein Bild machen und somit dem Schicksal Krebstod entgehen. Damit will ich ihre Aufmerksamkeit auf das Buch Codex Humanus lenken. Darin habe ich gerade erst gelesen. Auf die angeblichen Gefahren der Vergiftung durch Leutril eingehend lese ich, Zitat, beginnt. Trotz größter Mühe konnten wir aber keine Berichte von Todesfällen als eindeutige Nebenwirkung einer medizinischen Leutrilbehandlung recherchieren und dies nach 60 Jahren therapeutischer Anwendung an Millionen Patienten. Zitat zu Ende. Dieses können Sie lesen im Band 1 dieses zweibändigen Werkes Codex Humanus auf der Seite 817. Ja, Glyphosat hält dasselbe Bundesamt für Risikobewertung für ungefährlich und nicht gesundheitsschädigend, welches dringend gleichzeitig vor dem so gefährlichen Leutril warnt. Diese Frage wurde ja schon in den vergangenen mehr als 100 Jahren bei Naturvölkern geklärt. Die Aprikosenkerne verzehrend keinen Krebs kennen. Nicht ein einziges Vorkommen dieser höllischen Krankheit, die uns hier so zu schaffen macht bei den Naturvölkern. Wollen Sie mehr wissen? Klicken Sie einfach auf die Buchabbildung von Codex Humanus unten im Text und lesen Sie dann in den zwei Bänden. Das sind ca. 2000 Seiten wertvolles Wissen für Leben ohne Krankheit. Das ist sehr wertvoll. Ich kann es nur empfehlen. Oder kommen Sie doch zu Agilsmart als Abonnent. Das Risiko beträgt lächerliche 1 Euro. Erhalten Sie in Agilsmart Wissen für Leben ohne Krankheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Erhalten Sie in Agilsmart Wissen für Leben ohne Krankheit. Erhalten Sie in Agilsmart Wissen für Leben ohne Krankheit.